Willkommen. Ich habe mir was überlegt und dachte mir, okay, noch Fishing Planet dabei zu tun. Mache einen Auswurf in den Ring. Da habe ich mir gedacht, ach komm, dass halt ein bisschen Abwechslung auf den Kanal kommt, dachte ich mir, ach, spielt das doch noch nebenbei. Ich hoffe, es wird euch gefallen, dass ich das so mache. Okay, freilassen sollen wir den. Mache ein paar Würfe, fange ein paar Fische. Okay, plus zwei. Aber noch zwei, fange was? Da dachte ich, Mensch, ey, nimm doch das doch mit rein, ne? Damit ist das neu. Ist das hier so bimmelt? Auf, freilassen. Angel weiter. Okay, dann sollen wir bestimmt noch einen machen. Ich hoffe, es ist euch recht so, dass wir das so machen. Dass ich dann hier, äh, eben halt, ey, du sollst reinkurbeln. Was macht ihr denn? Gibt's doch nicht. Gummelt da nicht rein. War ich wieder so ein Bugspiel? Noch warten. Okay. Ah, den haben wir. So. So haben wir auch. Grüner Sonnenbarsch. So, äh. In den richtigen Fang. Öffne die Inventar. Ah, jetzt sollen wir die Würmer anlegen. Laden. Werkzeuge. Ach, den Kescher sollen wir uns kaufen. Da machen wir das doch, nö. Fischen gehen. Ha. Dann schauen wir doch mal. Ähm, da sollen wir hin. Zu den Seerosen. Schöner steht nicht gerade, weil der Köder aufgrund aufliegt. Okay. Nutze Taste 0. Oder ist das O? Ach, die O war das. Auf 50 war das, ne? Naja, lassen wir 48. Kann ich noch höher, wieder höher machen, tiefer machen? Nö. Dann lassen wir das so. Ja, ich hoffe, dass euch das gefällt so, dass ich hier, äh, 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 das mit reinnehme. Dann ist hier auch, äh, etwas Abwechslung in den Videos. Also immer ein und dasselbe, ne? Ja, mechanische Flussbarsch hat ja nicht gebissen. Oh, behalten. Oh, jetzt haben wir ein Level 2500 Cash und ein Goldstück, oder was das sein soll. Und neue Ausrüstung. Schön. Schön. So geht das hier. Finde ich auch nicht schlecht, dass das bei Level Aufstieg jede neue, jede Menge neue, äh, sachen gibt, ne? Äh, h. Dann drücken wir doch h. Verlassen. Schließen. Das Fisch im Planet die Fischermänne, ne? Habe ich gar nicht mal gesagt. Ich habe mir überlegt, Fischermänne oder das. Ich dachte auch, lass mal. Nehmen wir Fischermän. Was ich besser an. So, jetzt noch mal reisen gehen. Sind immer noch im Tutorial, oder sind wir schon weiter? Ich weiß es nicht. Ah, wieder 100. Okay, Geld kriegt man ja hier genug. Komm näher. Schiff kann zu rennen. Kommen Sie näher zum Punkt der Brücke. Äh, bewegen Sie sich dem Ufer ein. Gut. Äh, wenn Sie... Äh. Okay. Hier hin. Ey, das geht ja hier. Ratzfatz, was? 220 Cash. Wieder ein Gold. Ah, schließen. So, äh, benutzen Sie Escape und lernen Sie Wetterbericht. Okay. Hä? Komme ich ja hier hin. Ah, jetzt T benutzen. Und Zeit auf 13 Uhr. Sollen wir gleich stellen. Also, das ist ja auch nicht schlecht, oder? Das ist ja auch nicht schlecht. Wieder 220, ein Gold. Schließen. Z. Sollen wir jetzt. Ah, guck an. Noch besser. Um Köder zu wechseln. Sollen die Grillen nehmen. Oh, jetzt. Roter Sonnenfisch fangen. Okay. Warten Sie. So, da haben wir noch den Rotor. Rotor Sonnenfisch, oder? Jawohl. Rotor Sonnenfisch. Gehalten. Soll ich weitermachen? Dann machen wir das doch. Verhalten. Ah, ich hab den vorher freigelassen, ne? 1500 Cash. Ein Gold. Und wieder neue Angelgegenstände. Blinker. Käse. Gameweste. Gick. Noch ein Gick. Swoon. Swoon. Wieder eine Angeltasche. Äh. Besoffener Wurm. Kann man hier jetzt besoffene Fische fangen? Oder wie sieht das aus? Krille. Oder was ist das? Ach, hauischrecke. Futterkorbklingel. Ey, hier gibt's Grundangeln, Leute. Ah, wie viel gibt's denn? Jede mehr Köder. Sieße Wachswürmer. Mmm, lecker. Marmeladenwürmer? Weiß ich nicht. Und gefrorene Fischstücke. Ey, da braucht aber der Fisch lange, bis er da anbeißt. Den muss ich erst mal weich lutschen. Noch so ein komischer Spinner. Ey, Leute. Gefrorene Scheiner. Mal mögen die das? Noch so ein Spoon. Ey, Leute. Vorne. Hä? Minivs oder was? Noch ein Blinker. Ey, Leute. Karamellstücke. Na ja. Na ja. Fragen mich nur, welcher Fisch das gerne mag. Und Beulis. Okay. Jungs. Teigbällchen kriegen wir jetzt als Belohnung. Soll ich jetzt machen. Fangen und behalten Sie Fische mit dem Köder aus Grille. Ach, hier, Leute. Kommt mal her. Hier könnt ihr wieder zoomen. Für die Leute, die gerne zoomen wollen. Hier kann man zoomen. Aber irgendwie ein bisschen, finde ich die Übersetzung ein bisschen komisch, ne? Fange und behalten Sie Fische mit dem Köder aus Grille. Mit dem Köder mit Grille, oder? Anstatt aus Grille. Mit Grille, würde ich sagen. Hm? Ja, ich warte länger. So, da haben wir ja. Wähle behalten. Machen wir. So, dann brauchen wir noch drei. Hm. Noch drei Fische. Aber dass das hier bimmelt, ne? Ist ja fast so wie bei die Engler. Die bimmelt es ja auch. Dann kriegt man wenigstens mit, wenn der beißt, ne? Okay. Herausforderung abgeschlossen. Glückliche Pose. Ein Gold, oder was soll das sein? Mann, siehst du? Mann, siehst du? Haben wir sogar eine glückliche Pose. Ey, du sollst warten, hast du? Also, Junge. Macht doch nicht so'n Quatsch. Aber hier sieht mir das so aus, wenn ich das so angucke. Die Schnur, die Schnur 98%. Route 99. Hier scheint es wieder zu sein, dass das Verschleiß ist, ne? Roter Sonnenfisch. So, ein Fisch noch, Leute. Ein Fisch. Ja, ich warte. Halt, anschlagen. Roter Sonnenfisch. Behalten wir auch. So, abgeschlossen. Soll ich wieder? I. Setzkescher. Okay. Missionen. Okay. Karte. Ah, jetzt haben wir Teigbällchen bekommen. Und Gold und 220 Cash. Schließen. Verlassen. Okay. Machen wir es, das ist toll, wie gesagt. Ich hoffe, wir sind noch drin im Tutorial. So, XP haben wir bekommen. Nochmal 300 Cash. Schließen. Laden gehen. Werkzeuge Ausrüstung. Ah, jetzt sollen wir eine Angeltasche kaufen. Dann machen wir das, wenn das sagt. Die zwei sollen wir wählen. Laden. Route. Fiederroute. Die sollen wir kaufen. Okay. Schließen. Spinnrolle. Hä? Bauen wir jetzt eine Spinnroute zusammen? Okay. Angelschnüre. Angelschnüre. Sollen wir uns die kaufen? Schließen. Vorfach. Ey, hier gibt's Vorfächer. Dann sollen wir hier hin. Und sollen wir uns Wirbel. Wirbelblei. Wahnsinn. Haken. Sechser. Köder. Raupenbrei. Okay. Inventar. Ach, hier sollen wir die zusammenbauen? Ach, hier rüberziehen. Die Schnur. Ach, die Körberkappen. Schnurkappen. 80. Passen 80 drauf. Und nur 70 hat die Schnur. Oder wie verstehe ich das? Okay. Machen wir das so. Wirbel. Mono-Vorfach. Haken. Kraupenbrei. Oh, erfüllt. Siehst du? 330 Cash und ein Gold. Und schließen. Jetzt sollen wir auf die Karte. Äh, jetzt sollen wir die Maus hier bewegen? Ach, da sollen wir hin. Lizenz. Ach, ich würde mal sagen. Sollen wir die kaufen? Oder die kaufen? Ich kaufe eine einfache Lizenz. Okay, dann machen wir das. Einfache Lizenz. Okay. Schließen. Karte. Reisen. Fischen gehen. Ah, wieder 150 Cash. Mission erfüllt. Belohnung wieder 330 Cash. Ein Gold. Ich hoffe, es ist Gold. Grundfischerei. Okay. Soll ich hier wieder hin? Gucke mal, hier haben wir einen Kegel. Sollen wir da reinschmeißen? Das finde ich gut. Diese Zielhilfe. Okay, halten Sie linke Maustaste plus Schiff, um schneller einzukurbeln. Okay, machen wir das. Kennen wir ja nix. Ich frage mich, wie lange das Tutorial geht, ne? Okay. Wieder hier. Raus. Okay. Warten Sie, bis das Play den Grund so rührt. Ach, die Zitterspitze. Okay. Auch nicht schlecht, ne? So. Fangen Sie drei Fische. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Ob Gründangeln so gut ist, ne? Da bin ich mal gespannt. Ja, ich muss noch mal gucken. Wie gesagt, ich habe erstmal alles so eingestellt. Charakter und so. Weil, das ist ja nicht so wichtig. Deswegen habe ich das erstmal übersprungen. Ja, ich soll drei Fische fangen. Fangen ja noch nicht mal ein. Ah, Leute. Ich denke, das ist noch das Tutorial, oder? Wo man alles so ein bisschen beigebracht bekommt. Und dann wissen, wie das alles so funktioniert. Bleibe den Boden berührt. Mach ich doch. So, da ist es auf dem Boden. Ich war an, ob die Zitterspitze. Die ist oben übrigens, oben rechts in der Ecke, unten die Angel, wird das wohl sein. Und da soll ich warten, bis es zittert. Hm. Aber mal habe ich so ein Glück, dass das hier auch nicht so funktioniert. Ich dachte, komm, nehmen das mit rein, damit ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal ist. Und jetzt ist sowas, ne? Dann muss man hier wieder warten, warten, bis ein Fisch beißt. Und das beißt keiner an. Ah, warte, da zuppelt's doch. Ah, da haben wir doch einen. Ich wollte schon sagen, es geht nicht. Äh, plus, was? Plus, minus? Ach, da kann man die Bremse einstellen. Alles klar. Alles klar. Was haben wir denn? Ein Rotauge. Den nehmen wir natürlich mit. So, dann brauchen wir noch zwei Fische. Ich hoffe, jetzt geht er schneller. Hä? Was sollen wir denn da zoomen? Das sind die Zitterspitze? Hm. Weiß nicht. Das Sinn macht. Ob das Sinn macht? Ich weiß es nicht. Grundangeln zoomen. Na ja, dadurch der Fisch schneller gepissen. Kann ja sein, ne? So, komm her, du. Was haben wir denn jetzt? Silberkarrausche. Okay. Ah, wieder Level aufgeschrieben. 1500 cash, wieder ein Gold. Und wieder hier, jede Menge Köder. Tierfutter. Äh, ich denke, wir angeln. Ich will doch hier kein, 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 kein. Tier füttern. Ich denke, man angelt. Fische. Soll ich da mit Tierfutter? Einwickeln sie nur mit erster Geschwindigkeit? Hä? Wieso kommt denn das jetzt? Wir haben doch schon zwei Fische gefangen. Und jetzt soll ich das langsam einholen? Hm. Ein komisches Tutorial, sage ich euch. Sehr komisch. Aber egal, wenn du sagst, dann machen wir das. Aber was mir hier auffällt ist, wieso quietscht das? Wieso quietscht denn das? Hm. Ha? Haben wir da durch den Fisch gefangen? Ja, kommt, ey. Jetzt geht's aber los. Ich mach da Grundangeln, kein Schleppangeln. Hahaha. Hahaha. Leute, da haben wir tatsächlich Schleppangeln gemacht. Hahaha. Ja, ja, Fisch ist Fisch. Lohnung wieder bekommen. Zusammenfassung von Spingeräten. Fahren Sie die globale Map Karte verlassen. Weil das ist doch die globale Map, oder? Oder täusche ich mich da? Okay. Ah ja, doch. Inventar. Was wollen wir denn jetzt machen? Ah, hier noch eine Route. Oder was? Äh. Jetzt kommt eine Spin-Route. Spule. Spin-Rolle. Sollen wir die kaufen? Okay. Dann sollen wir... Ach, hier die Rolle anbauen. Die Schnur drauf. Okay. Kappenball, 70 Meter sind drauf. Laden. Blinker. Den sollen wir kaufen. Okay. Karte. Ach, den sollen wir jetzt anlegen. Okay. Wieder Cash gekriegt. Und ein Goldstück. Sehr schön. Karte. Äh. Jetzt sollen wir hier rum. Sagen wir hier. Kaufen Sie eine einfache Lizenz. Machen wir doch. Schließen. Karte. Ah, jetzt sollen wir hinreisen. Okay. Fischen gehen. Schwarz-Barsch. So. Ah ja. Wieder 200 Cash. Tee. Soll mal gucken. Auf 10 Uhr. Okay. Machen wir auf 10 Uhr. Korspulen. Ach, schon abgeschlossen. Markierungsboje. Okay. Naja. Sollen wir da haben. Land. Äh. Am Ufer. Ach. Jetzt sollen wir da reinschmeißen. Wieder. Okay. Machen wir das. Die sagen, ich soll das machen. Dann machen wir das. So. Halten Sie. Linke Maustasse. Plus Shift. Um schneller einzukurbeln. Ja, das wissen wir doch schon. Wie das geht. Okay. Wieder rein. Köder Führung. Okay. So, jetzt sollen wir ein höher. Wickeln Sie die Schnur auf. Äh. Ach. Okay. Fangen Sie einen Fisch mit der langsam gerade Ausführung. Okay. Stoppen. Langsam geradeaus sind wir jetzt. Langsam geradeaus. Er ist aber immer eine Oberfläche, ne? Fangen Sie die Geschwindigkeit 2 auf. Komisch, komisch, komisch. Ah, jetzt. Ne. War da nicht einer? Aber das Gequietschen, ne? Das Gequietsche ist ein bisschen komisch. So langsam geradeaus. Aber seht ihr, wie der schnell da eine Oberfläche steigt? Halt da war ja ein. Ha. Sehr schön. Ach so, jetzt sollen wir die Bremse schließen. So. Jetzt haben wir einen jungen Forellenbarsch. M. Okay. Plus. Okay. Okay. Hier kann man Marken setzen. Aha. Da kann ich ihn setzen. Hier. Mutbatterie war gefangen am Mittagzeit. Gewicht. Länge. Mit Spoon. Nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Abgeschlossen. Das ist ja nicht schlecht. Was war das? Machen sie eine Stop and Go. Köderführung. Okay. Ey, da haben wir doch gefangen. Wie soll ich denn da jetzt hinwerfen? Eine Stop and Go-Führung. Eine Sekunde auf. Machen sie eine Sekunde Pause wieder. Holen sie den Vorverfahren. Ja, so ein bisschen blöd. Okay, machen wir alles. Oh, da haben wir ja. Da war ja schon was. Der hat nur nicht gehangen. Da ist halt wieder einer. War das jetzt Stop and Go? Ich hab nichts gelesen. Da hab ich nichts gelesen, ob das Stop and Go war. Oder nicht. Erhalten. Machen sie eine Stop and Go-Köderführung. Ja, hallo. Habe ich doch. Wenn das nicht anzeigt, was kann ich denn dafür? Na, bei dem Fisch, aber die Stop and Go-Führung fehlt. Was soll das? Ah, jetzt zeige ich das an. Jetzt zeige ich das an. Vorhin hat das nicht gemacht. Ah, da war doch was. Er hat nicht gehakt. Warum hat er das denn vorhin nicht angezeigt? Okay, die Mission ist ja schon erfüllt. Aber vielleicht kriegen wir ja noch einen. Ah, da war doch wieder was. Okay. Ist hier auch ein bisschen komisch gelöst. Okay, schließen. Und jetzt? War es das jetzt, Leute? Das war's. Warte mal, ich verlasse mal. Das war's, Leute. Das Tutorial haben wir geschafft. Das ist jetzt aber ja hier Mission. Erfüllt. Ach so, fahren sie zum Lone Star League. Mission verfolgen. Aktuell. Ach so. Ach, hier ist Lone Star League. Reisen. Okay. Die Fischarten gibt es hier. Grashecht. Sogar grüner Sonnenbarsch. Klein-Mäuliger Büffelbarsch. Roter Sonnenfisch. Weißer Krabi. Okay, das habe ich. Und jetzt? Fischen gehen. Ah, hier steht ja. Fortschritte und Limit. Gehen wir doch mal hin. Schauen wir doch mal. Ach, hier geht's los. Fangen sie einen weißen Krabi. Fangen sie einen grünen Sonnenbarsch. Fangen sie einen goldenen Putzer. Fangen sie einen Black-Tile-Schreiner. Okay, gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr könnt ja dann schreiben, ob es euch so gefällt. Das war zwischendurch doch noch was anderes machen. Und nicht immer dasselbe, ne? So ist da ein wenigstens ein bisschen Abwechslung drin. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, werde ich das erstmal so ein bisschen Abwechslung machen. Dann kommt die nächste Folge nach dieser hier. Und dann mache ich mal eine Folge Fischermann und eine Folge Die Engler. Okay, wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es nicht, dann lasse ich das. Okay, dann sage ich erstmal wieder Bye, bye und Tschüss. Tschüss.